Moin Leute, was wieder? Willkommen zu meinem Video hier auf dem Kanal. Heute spielen wir Gatrick Foden, keine Ahnung, wie man das heißt. Das ist so ein Spiel, wo man äh wie Flusse Post. Das heißt, jemand schreibt was auf, dazu was man malen. Jemand anderes kommentiert das. Und da muss jemand vom kommentieren und daraus was ausmalen. Und da entsteht immer eine witzige Sache und wir sagen, let's go! Mit dabei ist äh Finn? Ja. Mit dabei ist Skerd, der grad ne Konferenz hat. Und wie ist denn das andere? Flexi. Flexi, okay. Ja. Leute, das kann anders werden. Let's go. Let's go, Digga! Digga, die Lache heißt nichts gutes. Was? Was ist das? Was ist das? Wie soll ich das malen? Leute, kurz an die YouTube-Normies hier. Ähm, hier passieren nur weirde Dinge. Also, ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Fockticker. Äh. Also für Rechtschreibung ist auch eure Stärke, oder? Pelizist, Digga. Du weißt. Echt? Ähm, ist ja richtig egal. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich sag schonmal, ne? Ihr müsst aufpassen, wie ihr eure Sätze zusammenbaut. Das hättest du vorher sagen sollen. Oh, ich war gemutet. Ja, was? Das klingt toll. Okay, let's go. Weil, ich hab ganz komisch gemacht. Donnie nimmt auf und kriegt nur das X-Cack. Tarkoman geht von einem und ist dieser X-Cack-Light auf Kamera. Oh, nein. Fucking Tarkoman. Oh, man. What the hell? Auto wird vom Blitzist geblitzt und er wird festgehauen. Hier, Auto wird vom Polizist geblitzt. Ich bin mit Grüne. Steffen duscht. Lach wachbar beim Duschen, Digga. Er kennt's nicht. Skat, du stimmst und schreist immer nach dem Achbar, Alter. Steffens Mutter wird zur Stiefmutter im Hub. Den... Dornie wichst sich ein. Ich habe keine dunklen braunen Haare, oh scheiße, ich habe noch so viele braunen Haare. Jaaa! Warum mache ich einfach Ja an, Digga? Geil! Let's go! Let's go! Digga, was ich für eine Scheiße auch immer reinschreibe. Soll ich neben meiner Braschmaschine laufen? Donny! Ja, mein Mischpult ist gerade abgekackt, what the hell? Aber jetzt geht der aus. So. Was zum Teufel? Ähm. Noch, sicher. Oh, let's go! Was für Sachen hier auch kommt, Alter. Ja. Ja. Let's go! Let's go! Nein, Digga! Okay. Skert schreibt, Donny ist doof. Danke Skert! Grüß Gott raus! Digga! 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 Ich bin schlau, ob ich dachte, ich hab bitte Hilfse, wie ich bin in Gefahr. Ah, ich wollte stippt schreiben, ich stippt. Dummer Pferd von Klippe. Hahaha, ich bin schlau. Ah, ich schlau. Ah, ich schlau, ich schlau. Grattere, ich schlau. Okay, let's go. Oh, ich schlau. Oh, ich schlau, ich schlau. Ist das genug? Ja, das bin ich. Steffen streicht Zaun und sich selber. What the hell? Schau mal, was ich hier drauf geschrieben hab, Digga. Mutant hat dritte Arme mit Skorpion und... Ich wollte schreiben, Mutant hat dritte Arme mit Skorpion und wirft es in Fritteuse. Was ist das? Das ist Mickey Mouse mit Skorpion. The Forest. Hahaha. Geil. Das Kerl ist ein Scharfschütze und tötet Tiere. Peter. Aber 137er, hey, shit. Geil. Äh. Ja, alles klar. Beginner einer Geschichte. Ja, alles klar. Digga, wir kommen jetzt auf Supers. Random, das war einmal. Geschichtsanfang. Oh nein. Super Geschichte. What the hell? Ja, Leute. Das war's mit... Gartikfone. Wenn ihr mehr von so einer dummen Scheiße sehen wollt, mit... Mit... Mir. Meiner Wenigkeit. Äh. Fins, Gerd und Flexi. Dann... Lasst es mich nicht in den Kommentaren wissen. Gebt auf gar keinen Fall einen Like. Schreibt mir gar keinen Fall einen Kommentar. Und euren Freunden teilen wir die Videos oder so nicht. Deswegen muss ich einfach danach fragen. Ja, Leute. Haut rein. Ciao. 乖 auf. Tschüss. Tschüss. C shining The. Tschüss. Schina. Machina. Ba Est. Uch. ta... Dre. Auf?